Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Ib und Op bzw. Ferorik und Tiberianus. Hallo! Hallo! So! Nein, ich trage dich nicht, ich schubse dich da jetzt erstmal hoch. Ja, und dann komme ich aber nicht weiter. Ja, das Teil bringt uns auch nicht weiter. Alter, schau dir das riesen Vieh an. Gucke mal, das ist dein Bruder, der ist genauso fett wie du! Das hast du verdient. So, hör auf mich zu schieben. Über das Teil drüber springen können wir nicht, oder? Ich könnte dich drüber schubsen, wenn du... Du musst mir nachspringen. Ja, ich könnte dich drüber schmeißen. Na, theoretisch war das gut. Ja, das ist halt nur nach dem Sprung nicht rein rein. Oh, ist das eng hier? Oh, okay. Ein bisschen mehr Platz lassen. Seid zu fett, Leute! Macht... Macht meinen Platz. So, warte, 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 warte. Wir lassen sie erstmal kurz ein bisschen... So, mehr... Jetzt. So, ich geh... Ich bin reingesprungen. Ach, Mann. Und ich geh dann zurück, weil es wird sonst zu eng da, das... Ja. So. So. So, warte, ich... Über den dicken drüber springen. So. Sehr gut. Ja, los. Rein, rein, hin. Wow. 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 Diamanten. Geld. Geil. Geld? Geil. Verstanden? Haha, ja. Wenn wir YouTuber sind. Hm. Ähm, okay. Du musst den Schwung da mitnehmen. Das kriege ich hin. Go! Okay. Das kriege ich hin. Oh, schön viel Gutes bei. Geil. Und jetzt fehlt's noch du. Du musst mir hier noch ein bisschen Storzhilfe geben. Ja, genau. Komm her. Hä? Ich muss von dir abspringen. Rechts nicht, wenn ich zurückkomme und dich nochmal hochkatapultiere. Wie willst du mich denn hochkatapultieren? Na, indem ich mich hier einfach nicht bewege. Du fliegst hoch, kommst wieder runter. Mach's nochmal. Aber du gewinnst doch dadurch nicht an Schwung. Okay. Haben wir doch schon festgestellt. So. So. Und go. Ja. Ich war eh nicht rechtzeitig da von der... Naja, ich kann ja da, äh... Einmal... Ploppen. Oder zweimal. Warte. Achso. Stimmt, du kannst ja noch springen. Ja. Okay, go. So. Nein. Kannst mir doch keine Verantwortung übertragen, Spiel. Geil. So, was passiert dein Spiel? Bist du jetzt stolz auf dich? Ach. Dann wirst du bekloppt, wenn du hier nur auf den Kopf rumhüpfst. Los. Was? Ah. Ja, ja. So. Ich springe. Ich springe. Ich falle. Ich finde. Und treffe. So. Kommst du da alleine hin? Nee. Aktivieren. Ja, geil. So. Ihr seid tot, Leute. Und... Pam, pam. Boah. Knallharter Massenmörder. Mhm. So. Ich springe da drauf. Aktivieren. Juhu. Kommst du da hoch, Bruno? Ja, ja. So. Ähm. Ja. Genau. Scheiße. Das war jetzt dumm. Hab ich dich aufgepasst? Na egal. Haben wir beide geschlafen eben? So. Ähm. Komm nochmal zurück. Ach, der kommt wieder nicht weiter. Genau. Gehen wir von der anderen Seite an. So. Haha. Juhu. Money, money, money. Ja. So. Damit haben wir's. Aber der Level ist noch nicht vorbei. Doch. Ne. Oh, jetzt hier. Jetzt kommen wir in den Wald. Boah. Oh, wo bin ich? Du bist da hinter dem... Oh, und... Bälle! Bälle! Aus dem Weg! Bälle! Du hast es kaputt gemacht! Bälle! Tja. Weißt du warum? So, ähm... Was denn? So, warten. Ähm... 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 Ja, also... Ich weiß ja nicht. Äh... Ja, ähm... Du verstehst das Scheiße. Tja. 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 Hast du nicht direkt wieder runter gerannt, hätte es funktioniert? Das glaube ich nicht. Tja. 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 Get onda, du bist hier! rauf. Ich bin doch so kurz, siehst du doch. Ja, spring doch erst mal auf die Dingens drauf. Ach so, meinst du da? Ja, ich verirr... Ich spring doch nicht ständig immer wieder runter. Na, ich dachte, du willst, dass ich dir dann nochmal Schwung gebe. Nein. Okay, dann mach ich das jetzt. So, zack. So, jetzt komm hierher. Hilf mir rauf. So, jetzt rennst du noch mal da runter. Hierdurch. Nee. Scheiß, komm ich ja nicht hoch. Nee, da kann man ja gar nicht drauf. So. Wenn ich dann hier bin, kann ich dir Schwung geben, damit du da drauf kommst. So, dann kann ich dir Schwung geben. Andere Seite. Andere Seite. Du musst auf die andere Seite. So. Wenn du jetzt nochmal von da drauf springst, dann komm ich da runter und du kannst während du hochfliegst da wieder hin gehen. Zeichne es mir doch einfach. Also, du springst von da springst du hier drauf. Ja. Dann geh ich da runter. Ja. Und du fliegst ja wieder hoch, wenn du mich traurigst. Ja, 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 ja. Und dann springst du da hin. Okay, gut. Warum bist du nicht hochgeflogen? Ja, also gib mir doch keinen Schub. Ja. Ja. Ähm. Ähm. Na, ich muss... Das ist ja eigentlich nun... Hoppala. Das ist ja nun fast unerlässlich. Ich muss auf jeden Fall hier hoch. Damit ich dir Schwung geben kann, damit du hier landest. Und wenn du da oben bist, kannst du ja auch einfach da rüberspringen. Ja. Ähm. Sprünge mal rüber. So. Ich muss auf jeden Fall irgendwie da hochkommen. Das ist wichtig. Irgendwie muss ich da hoch. Aber wie? So. Jetzt bin ich hier. Jetzt gebe ich dir Schwung. Bleib da. Recht immer noch nicht. Ähm. Wie wär's denn? Nee. Klingt ja nix. Ähm. Das ist... Dann steh ich hier. Das sieht schon besser aus. Ja, dann steh ich hier und komm hier nicht weg. Du musst mich auch erst mal nur da hoch teleportieren, äh, hoch, äh, schubsen. Ja, aber ich komm dann nicht hier, da, da unten. Dann sollst du ja auch gar nicht. Du sollst hier hin. Hier. Ja, aber... Ach so. Okay. Nee, mach erst mal so, wie du das gerade hier machtest. Das sah gerade sehr schwungvoll aus. So, war okay. Mach mal nochmal. Mal raushelfen. Spring. Steh dich drauf. Steh dich drauf. Ach, Mann. Hä? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ach, warte mal. Du musst mir da rauf helfen. Hier. So. Dann kann ich dich da rauf bringen. Ja, erst mal machen. So. Jetzt steh ich hier. Genau. Kannst du mich... Wie hattest du das eben gerade gemacht? Das sah doch... Nein, da drauf. Stell dich drauf aufs Ding. Hier drauf. So. Dann... Du hattest dich doch... Das war doch gerade so schwungvoll. Genau so. Jawohl. Wenn du jetzt von da... zu mir springst. Also... Renn durch. Renn durch. Hier. Nach da. Stell du dich doch... da hin. Ja, da komm ich doch nicht hin. Ich krieg doch den Sprung von hier nach hier nicht hin. Dann kommst du... Das ist eigentlich schon wieder ein Fun von... Meine Idee wäre jetzt... Du. Ja? Du. Springst von hier oben. Hier... Lang. Das hast du doch eben schon gemacht. Hä? Das hast du doch eben schon gemacht. Das Problem ist... Du bist ja nicht richtig gelandet. Ja. Jawohl. So. Und wenn du jetzt genau dasselbe rückwärts machst... Oh. Wieso habe ich nicht den Schwung? Mein Gedanke war jetzt, dass ich durch deinen Schwung... Von hier kommst du auch nicht weiter. Du kommst von hier nicht weiter. Wenn du hier bist. Das heißt, wenn ich dich anstoße, dann komme ich von hier nicht weiter. Einer von uns beiden muss da ganz runter. Wo? Ja, hier hin. Ja, genau. Das ist ja schon klar. Aber um hier hin zu kommen, brauchen wir meiner Meinung nach den Schwung von hier oben. Das heißt, wir brauchen einen, der hier oben steht. Und wir brauchen einen, der halt hier auf dem Trampolin steht. Unten. So, jetzt meldet sich mein Fernseher mit Auto-Standby. Geh weg. Steh dich nochmal drauf. So, jetzt bin ich hier oben. Jetzt müsste ich im Idealfall hier runter. Ja, aber wie geht das? Mal kurz anders hinsetzen, Leute. Tut mir leid. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ah, pahla. Ähm. Hm. Tja, schade, dass das hier nicht funktioniert. Nur machen wir es mal anders. Warte mal, ich komme jetzt einfach mal nach. Das haben wir bislang ja schließlich noch nicht gemacht. Hm. Nee, mit einem Sprung übereinander geht's auch nicht. Ich dachte, ich wusste nicht, dass du da hinkommst. Ich dachte, du kommst da nicht hin. Spring. Erleicht. Ich dachte die ganze Zeit, du kommst da nicht hin. Deswegen habe ich das nie, nicht für möglich gehalten. Tja. So, jetzt, was kann ich, ich kann das Ding jetzt hier ploppen. Aber wie komme ich hier jetzt wieder weg? Ich ploppe erstmal das Ding, ja? Nein, da kommen doch Dings raus. Ja, die kann ich doch einsammeln. Ich renne doch da einfach durch das Weiße da. Rechts. Ich renne einfach dann hier schnell hier so rum. Es dauert noch eine Weile, bis das Ding explodiert. So. Okay. Dann. Wie kriegen wir dich jetzt noch hier runter? Ich bin ein Ninja. Ich habe schon vergessen, wie ich gerade überhaupt hier runtergekommen bin. Das ist ein Scheiß. Na, du standest hier drauf. Na, und du hast mich einfach da hochgeploppt. Hier, da drauf. Da. Ja. Ich bin dir dann einfach hinterher. Nee. Du standest hier drauf. Und ich stand hier irgendwo. Ich verstehe immer noch nicht, wie du hier drauf gekommen bist. Das muss ich nur nachher in der Aufnahme nochmal angucken. Ähm. Ich, weil, ich verstehe überhaupt nicht, wie du von hier drunter gekommen bist. Weil ich schaue das nicht. Du standest da auf einmal. Warlick. Scheiß Cheater, Alter. Ähm. Ja, wie kriegen wir dich jetzt da weg? Schöne Scheiße. Das war ja das Hauptproblem. Ähm. Oh, wie peinlich. Ähm. Okay. Äh, ja. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ähm, ja. Gut. Ähm. Ja, na klar. Ich habe eigentlich die Zeiten betäuscht. Sind. Ähm. Ne. Ähm. Warte mal. Geh mal auf das Trampolin. Oh, mein Spiel ist gerade abgespielt. Eine vor. Steht gerade. Hm. Ähm. Ja, aber dann kommst du ja von hier nicht mehr weg. So, warte, warte, warte. Ich springe. So. Genau. Du da. Aber dann kommst du von da nicht mehr weg. Naja, stopp. Warte, 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 warte. Ähm. Jetzt schleiche ich mich hier runter. Ha. Das ist echt scheiße. Auf dem Moment noch. Ja, ich, du hast dich da irgendwie durchgesheetet, weil, nur deswegen standest du auf einmal da unten an dem Trampolin. Ich bin gerade deprimiert. Los. Bewegung. Aufnahme läuft schon seit zwei Stunden. Ach so, warte, ich muss die da hoch halten. Ja, geil. Hi. So, ihr müsst mir helfen. Spring. So. Ja, von da kannst du da hinspringen. Ne, ich muss immer umdenken. Ich denke dann immer, dass ich auf dieses Stachelding springe. Ich hole dir meinen Charakter an. Ja, ich bräuchte hier wieder deine Hilfe. Du musst durchlaufen. Ich hole meinen Charakter an. Ja, ich sehe den. Er ist grün. Na, wie er dem Ding hinterher guckt immer. Ja. Hi. Hi. Der hat Anfälle. Sehr gut. Okay. Warte. Da hin. So, dann kannst du da einfach drüber springen. Gut. Hier brauche ich deine Hilfe. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Hm, sicher? Ja, da komme ich doch nicht hoch. Hier. Siehst du das? Hier, hier kannst du mich noch hoch. Äh, 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 äh. Ähm, boah, scheiße, okay. Ach, Mist. Okay. Mal, war gut. Ich glaube, so muss das sein. Okay, da bin ich zu spät abgesprungen. Musst du da eigentlich mitsteuern, wenn du da auf mir drauf bist? Nö. Oh, zu spät. Ach, verdammt. Nö, muss ich nicht. Okay, gut. Ich bleib dann einfach auf dir drauf stehen. Okay, gut, gut. Und mal Sachen in die Luft, um dich abzulenken. Och. So. Nö, das wird nix. Wir müssen zusammenspringen. Weil ich dir da hinten wieder... ...Starshilfe geben muss. Ach, ist immer zu spät. Am liebsten würde ich jetzt Kopfstand machen und... ... damit ich das wieder richtig rumsehe. Sehr gut. So, dann zack. Oh, nein! Oh, Mann! Ich erinnere mich gerade an die Stelle beim Lavastrom-Dämon. Ich habe vergessen, dass die Dinger ja immer noch eine Weile brauchen müssen, dann endlich verschwinden. So, go! Jawohl. So. So, warten. Warten, 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 warten. Okay. Warte, 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 warte. Go, 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 go. Go, go, ProRanger! So. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich wär aber oben lang. Geh doch oben lang. Ne, da wäre ich ja alleine nicht hingekommen. Oh, hier, da oben gibt's noch was. ja, ey, 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 ja, 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 ja. Ball. Yay. Ma. Er ist kalt abgesetzt. st so ist es der Arme für Ruhig der Arschige für Ruhig setzt auch die kleine Gnubel im Wald aus wir brauchen einen der von unten Schub gibt ja zum Schub geben bin ich dir gut ja so doof nicht genug Power springen wir hoch rechte ich nein nein warte 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 bleib mir drauf stehen geht nicht ich hatte überlegt ich habe überlegt kann ich das irgendwie wenn ich jetzt im richtigen Moment A drücke kann ich das irgendwie beschleunigen irgendwie noch ein bisschen irgendeinen Boost geben ne ähm da brauchst du Hilfe okay das heißt wir können jetzt hier auch nicht also viele Möglichkeiten haben wir ja gar nicht das jetzt hier zu schaffen mein Gedanke ist halt dass du mich von dem Ding hier auf das Ding hier zurück stößt und dann zu dem ähm warte mal warte stopp 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 spring mal gib zurück spring mal hier auf die Plattform wo ich gerade stehe nochmal nee schade geht nicht ich komme also maximal bis dahin okay wie gesagt mein Gedankengang ist dass du mich hier abstößt ich hier drauf lande dadurch mehr Schwung kriege und mich dann hier hin zurück bewege ne andere Möglichkeit sehe ich auch gar nicht ne andere Möglichkeit sehe ich auch gar nicht ne ich muss erstmal bis ja okay so ja aber da hm dann musst du während ich springe musst du ach ne dann stehst du ja da gar nicht mehr sehlich ach ey Leute erzähl Zeilung und stell dich auf beide Sachen danke hinterm instinkt so jetzt wird er den level alleine fertig machen, der penner der Penner und Verschämtheit die Sau er millennien heH Hast du gesehen.. wie er halb geschlafen hat dann bin ich ihm auf den Kopf gehuckt gegenüber den Augen sind größer geworden Nea ich find's auch ne Sauerei ämmmmm so Ich würde dir gerne irgendwie von hier dann springen. Ich würde dir gerne von hier aus Schub geben. Ja, okay. Wenn ich von hier aus springe, lande ich. Du kriegst den erweiterten Schub. Schubst mich wieder ab. Ich lande hier. Ploppst du da nochmal ab? Hilf mir hier wieder. Du ploppst ja nur, wenn... Wenn Gegengewicht da ist. Ja. Und wenn ich dann hier lande, bleibt ja bei dir... Boah, Leute. Sprich nochmal. So kommst du auf jeden Fall da rauf. So. So. Ich kann da hinrennen, während du springst. Neutralisiert. Nein, eine Millisekunde zu spät. So. So, ja. Das ist schwierig. Schwierig. Och, ich vergesse es immer. Ja, ich merke das schon. So, auf spät. Ach, ey. Das kann nicht sein. Ach, ey, das kann nicht sein. Also, geh nochmal hier auf die Plattform da. Ich will erstmal da hoch. So. Ich springe hier drauf. Dann kriegst du mehr Schub. Du plopst einmal. Ja, und da funktioniert es dann an der Stelle irgendwie nicht. Ja, weil von hier bis da ist halt nicht genug Schwung da. Ähm... Ach so, ich spring mal. So, ich warte. So, einfach nur mal warte. Bleib ruhig stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich überlege gerade. Ich springe da rüber. Ähm... Wenn du in der Luft bist... Versuch mal auf die nächste Plattform zu kommen und bleibe da. Da ist ja kein Gegengewicht. Weil ich komm ja hier auch so normal hin. Ja. Na, dann müsste halt während ich springe da hinrennen. Ja. Probieren wir es mal so. Genau, das würde ja gehen, ja. Ja, wenn... Ach, da. Wenn du schnell genug bist. Ja, vergessen. Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du schnell genug bist. Vielleicht, wenn ich mich hier ganz am Rand hinstelle. Na, du musst ja da auch hinkommen. Also, ich plopp drauf, schieße dich weg und renne dann schnell zur nächsten Plattform. Achtung, fertig. Mhm. Jawohl. Okay. Gut. Die Musik wirkt aber auch irgendwie einschläfern. Es ist sogar gedacht, dass wir von hier unten ankommen. Ja, sogar die Viecher stehen so. Schade, dass es bei mir jetzt gerade so hängt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Geil. Da haben wir abschiehen. Moment, warte, ich muss mich hier gerade mal um... Oh, scheiße. Was ist das? 370 von 24. Okay. Ja, 370 von 420 sind es. So, wir machen erstmal ein kleines Aufnahmepäust, würde ich sagen. Reicht das mal? Ja. Und legen uns hin, schlafen ein bisschen, spielen mit den Bällen hier. Ja, in dieser Reihenfolge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession. Da, geh zurück in das Level. Hihi. Bälle. Na. Oh, das ist ein Scheiß. Ich liebe diese Bälle. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Okay, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fuck, Alter. Und das um die Uhrzeit. Ja. Was ist ein Quatsch. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.